Covid-19, die Erkrankung, die vom Coronavirus ausgelöst werden kann, begleitet uns nun schon seit geraumer Zeit. Geschlossene Räume mit virenfreier Luft zu versorgen und die Aerosole zu filtern, das ist die Aufgabe der Stunde. Der CAT Room Guard ist ein leistungsstarker, verlässlicher und mobiler Raumfilter, entwickelt und gebaut in Deutschland. Mit ihm kann die Konzentration von Aerosolen und Viren in geschlossenen Räumen deutlich gesenkt werden. Mit dem Room Guard bieten wir die Möglichkeit, die möglicherweise von virenbelastete Luft in einem Raum aktiv zu filtern und dies mit einem Luftvolumenstrom von bis zu 2000 Kubikmeter die Stunde. Dieser Volumenstrom reicht aus, um in einem 40 Quadratmeter großen Raum die gesamte Luftmenge 20 mal in einer Stunde vollständig zu filtern. Im Room Guard sorgt ein HEPA-Filter der Klasse H14 dafür, dass 99,995 Prozent Aerosole und somit auch nahezu alle Viren und Keime gefiltert werden. Wir sind Experten für Reinraumtechnik in der europäischen Pharmaindustrie, die höchste Anforderungen an Keim- und virenfreie Räume stellt. An unseren CRT Room Guard stellen wir die gleichen hohen Ansprüche. Die Qualitätskontrolle ist für uns im Gegensatz zu anderen Herstellern Standard. In einem Scan werden die gesamte Oberfläche des Filters, der Filterrand und alle Dichtungen geprüft. Die gesamte Konstruktion des CRT Room Guard ist auf einen geräuscharmen Betrieb ausgelegt. Sein Gehäuse ist dazu zusätzlich mit einem Premium-Schaltschutz verkleidet. Nicht nur akustisch, auch optisch kann sich der CRT Room Guard durch verschiedene Farben, Folierungen und Verkleidungen optimal in Ihre Raumgestaltung einfügen. Über die Druckknöpfe am Display können die gewünschten, auf den Raum angepassten Volumenströme voreingestellt werden. Über das Display wird der aktuelle Luftvolumenstrom in Kubikmeter pro Stunde angezeigt. Die Zeitschaltuhr gewährleistet, dass Ihr Room Guard sich ein- und ausschaltet, wann Sie möchten. So kann z.B. zwischen Besprechungen gewährleistet werden, dass der Raum rechtzeitig von Aerosolen befreit ist, bevor die nächste Gruppe eintritt. Mit dem Room Guard schaffen Sie neue Aufenthaltsqualität und ein verlässliches Gefühl der Sicherheit bei Mitarbeitern, Gästen, Kunden und Besuchern. Die Infektionsgefahr wird reduziert, die Luftqualität auch bei geschlossenen Fenstern verbessert. Schaffen Sie mit einem CRT Room Guard die Atmosphäre, in der Infektionen mit Viren minimiert werden können. Er damit unterliegenet werden, dass die Luftqualität nicht gewährleistet werden. An das Spassesteict für die Notwendigkeit haben. Veröffentlichung an das Spannende 1.0-2-1.0-1.0-2.0-1.0-2.0-2.0-2.0-1.0-2.0.1-2.0.1-2.0-1.000.